So, Helen, wir machen ja jetzt jeden Buchstaben einzeln. Jetzt machst du gerade das B vor. Sieht super aus. Lass die Schultern schön unten, atme tief in den Bauch ein. Genau. Der kann auch noch mal so eine kleine Wölbung bilden. Und dann langsam auf B ausatmen. Klasse! Boah, ist anstrengend, ne? Super! Klasse!